Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie. Heute geht es um Alternativen zum DES. Ihr wisst ja, der DES hatte einen viel zu kurzen Schlüssel, das wurde nach ein paar Jahren klar. Und man wollte aber trotzdem den DES irgendwie nicht so verwerfen, weil ja, das Ding war einfach sicher und gut konstruiert und alles. Man hat irgendwie keine Angriffe da drauf gefunden, die besser waren als Schlüssel-Brute-Forcen. Und deswegen wollte man das unbedingt weiter benutzen. Ab jetzt würde ich sagen, sehen wir den DES einfach als so eine Blackbox-DES. Ihr wisst ja jetzt, wie das ganze Ding funktioniert. Da waren 16 Runden Feistel mit dieser komischen DES-Mangler-Funktion, hieß das Teil. Braucht man aber nicht zu wissen, wie das heißt. Okay, und ja, was die Leute jetzt gemacht haben, sie haben gesagt, wir wollen den DES behalten. Denn es gab tatsächlich solche Hardware-Dinger. Und diese Hardware-Dinger haben sich schon einige Leute gekauft gehabt. Also DES quasi als Input kam Klartext rein und als Ausgabe kam Schiffrat raus, beziehungsweise natürlich immer noch mit einem Key dabei. Und wenn man den Key hatte, konnte man die ganze Ausgabe auch andersrum machen, indem man einfach sagte, okay, wir wollen es in die Richtung haben. So, und die Leute hatten sich tatsächlich solche Hardware-Kisten gekauft, wo der DES dann standardisiert wurde. Und jetzt hat man halt gesagt, okay, die Leute haben das Ding. Ich will nicht, dass jetzt schon wieder ein neuer Standard kommt, denn die werden sauer, wenn sie sich ständig was Neues kaufen. Anders wie heute. Okay, was man jetzt also gemacht hat, man hat gesagt, okay, lass doch irgendwie den DES kombinieren. Naheliegend ist das Verfahren, wir machen es einfach zweimal. Also quasi einmal Schlüssel war zu kurz, deswegen sagen wir hier, wir wollen noch ein DES. Und hier kommt jetzt ein anderer Schlüssel rein. Ich schreibe da gerade mal kurz was hin. Das hier war der K1, mal wieder nicht breit genug, ja, ich weiß. So, und das da drüben war der K2. Also wir haben quasi zwei Schlüssel für den DES, einmal links, einmal rechts und beide zusammen sind dann 56 plus 56, 112 Bit lang. Und 112 Bit gilt sogar heutzutage noch als einigermaßen sicher. Also man würde jetzt vielleicht nicht in Jubelschreie ausbrechen bei 112 Bit, denn die kann man immer noch Bruteforcen in ein paar Monaten, Jahren. Aber es ist schon ganz okay. Hier hinten kommt natürlich dann wieder diese zwei Pfeile raus. Problem ist jetzt allerdings folgendes. Wobei, nee, das Problem sage ich euch dann nächstes Mal. Wir wollen heute uns die Alternativen vom DES einfach angucken. Die Angriffe da drauf machen wir nächstes Mal. Also das hier ist der sogenannte 2-DES. Wir haben zwei verschiedene Schlüssel und ja, quasi wir können einfach hintereinander ausführen. Was man jetzt trotzdem noch wollte, war noch was Besseres. Denn ich habe euch ja gerade gesagt, es war vielleicht trotzdem ein bisschen nicht passend genug. Und da kommt irgendwie der Kader unten, ist nicht mitgekommen. Jetzt aber. Das heißt, die wollten alle noch ein bisschen mehr haben. Und was man dann gesagt hat, okay, wir machen noch ein DES hier. Also quasi drei hintereinander. Und das war dann, ups, Salah, jetzt reicht mir meine Breite nicht mehr. Aber ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was hier so passiert. Den wichtigen Teil seht ihr noch, nur die Pfeile sind abgeschnitten. Und zwar, das ist der sogenannte 3-DES. Wir haben quasi hier einfach ein DES und dann noch ein DES und dann noch ein DES. Achtung, wichtig ist, dass man hier jetzt gesagt hatte, wir wollen, wir wollen nicht den normalen DES, sondern wir wollen das Inverse von dem DES. Also quasi einfach das Dechiffrieren als Chiffrieren benutzen. Wir verschlüsseln hier nicht normal, sondern wir entschlüsseln sozusagen, aber mit einem anderen Key und dabei kommt wieder was perfekt Zufälliges raus. Sprich, wir hatten einfach noch einen. Ja, das ist sozusagen eine Alternative gewesen. Das war der 3-DES. Aber da war den Leuten dann der Schlüssel doch ein bisschen, also wie gesagt, hier oben gibt es einen Angriff drauf auf den 2-DES. Und bei 3 hat man gesagt, der Schlüssel ist mir so lange. Das mag ich nicht. Das heißt, das hier war der 3-DES und jetzt haben wir hier den 2-Key-3-DES, beziehungsweise normalerweise wird er hier mit dem K1 gemacht. Ich habe mich nur vertippt. Okay, und ja, das ist der 2-Key-3-DES. Das heißt, der DES wird dreimal hintereinander ausgeführt. Wie gesagt, dieses DES hoch minus 1 kommt wegen der Hardware. Und ja, im Prinzip hatte man schon deutliche Fortschritte gemacht. Also Brute-Force war jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Brute-Force wäre ja gewesen, ich möchte meinen Key wirklich jedes einzelne Bit ausprobieren. Und da habe ich dann natürlich echte Schwierigkeiten. Allerdings gibt es auch auf diesen 2-DES hier Angriffe. Deswegen wurde dann irgendwann der 2-Key-3-DES wieder abgeschafft. Und der normale 3-DES wurde wieder eingeführt. Aber die Angriffe zeige ich euch dann nächstes Mal. Es ist ein Meet-in-the-Middle-Angriff, heißt das ganze Ding für die Leute, die es gar nicht erwarten können. Und ja, die letzte Alternative vom DES will ich euch auch noch zeigen und nicht verheimlichen. Das war der sogenannte DES-X. Der DES-X, der, oder der, ja doch, DES-X heißt dann nicht X-DES, sondern DES-X. Der setzt quasi da drauf, okay, wir machen folgendes. Wir fügen hier einfach noch vorne dran, also wenn jetzt, wenn jetzt hier ursprünglich die Nachricht rein kam, hier vorne, hier kam ursprünglich ja die Nachricht rein. Was wir jetzt machen ist, wir wollen hier noch ein X-Ohr reinhauen und meinen Key 1. Das ist so groß, ich habe keinen Platz. K 1. So, lasst mich das kurz hier ein bisschen kleiner machen für euch. Ups, wieso sind hier zwei Pfeile? So, jetzt habe ich es endlich. Okay, also wir nehmen hier sozusagen einen Key, den packen wir hier rein und dann haben wir hier einen anderen Key. Also hier kann man dann einen DES benutzen, den man möchte. Hier kann man auch den 3 DES benutzen oder den normalen DES. Ich glaube, man hat standardmäßig den normalen DES benutzt, aber es geht natürlich auch mit den anderen. Und das, was am Ende hier rauskam, also ich schreibe hier einfach mal DES K hin. Wie gesagt, das kann der 3 DES sein, der normale DES oder wie auch immer. Und das, was hier hinten rauskam, ist natürlich das Schiffrat normalerweise gewesen. Und was man jetzt gesagt hat, ist, man X-Ohrt hier einfach auch nochmal den Schlüssel drauf. Warum nicht? Das heißt, ich habe hier hinten mein Schiffrat. Und das ist gleich mein, also mein neues Schiffrat sozusagen, mein C-Strich ist gleich C. Also das, was normalerweise rauskommen würde, ist mein C, das nenne ich jetzt einfach C. X-Ohrt. Und dann das Ganze, was uns noch als Key übrig bleibt, also zum Beispiel ein K3. So, also mein dritter Key. Okay, und ja, jetzt haben wir immer noch das als Blackbox benutzt. Das heißt, die ganzen Hardware-Geräte waren immer noch alle wunderbar verfügbar und ging auch alles ganz gut. Man musste jetzt halt nur vorne dran und hinten dran nochmal ein X-Ohrt rechnen. Ist aber kein Problem gewesen. Was wir jetzt effektiv hier gemacht haben, selbst wenn wir nur den normalen DES benutzt haben, der ja bekanntlich wirklich nur Brute Force hatte, müssen wir hier vorne die Nachricht X-Ohrt mit irgendwas. Das heißt, wir hatten hier nochmal 64-Bit-Schlüssel mehr. Also hier, K1 ist 64-Bit, K3 ist 64-Bit und der K2 hier, der hatte dann diese 56-Bit. Das heißt, wir hatten hier 64 plus 64 plus 56-Bit als Schlüssellänge, was 184-Bit-Schlüssellänge sind. Und das ist schon ganz ordentlich. Allerdings gab es da auch eine Attacke drauf und der hatte dann, effektiv musste man noch 2, also 119-Bit Brute Forcen. Aber das ist schon ganz gut. Also wie gesagt, dieser DES hier unten, der DES X oder auch der 3 DES hier oben oder sogar der 2 DES, da gibt es zwar einen sehr guten Angriff drauf, der sehr schnell läuft, aber der Speicherplatz ist total behindert und deswegen sind die eigentlich alle 3 noch benutzbar, sagen wir es mal so. Aber ich würde sie trotzdem nicht benutzen, denn es gibt was Besseres. Den Advanced Encryption Standard, den habe ich letztes Mal gesagt, machen wir jetzt dieses Mal. Habe ich gelogen, habe mich schon wieder vertan, habe die hier vergessen. Nächstes Mal zeige ich euch den Angriff hier auf den 2 DES und dann geht es tatsächlich an den AES. Alles klar, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.